Ganz eigenartig, wir haben hier einige Frauen, die im Herbst und im Winter immer Haarausfall haben und im Frühling verschwindet der Haarausfall. Wir haben keine Ahnung, was da ist. Nach einem längeren Gespräch und so, hatte ich plötzlich die Vorstellung, die Leute zu fragen, was sie essen. Da haben sie gesagt, ja, wir machen wunderbare Safran-Gerichte vom Safran, den wir ernten. Und dann war mir relativ klar, dass es vermutlich die Herbstzeitlose ist. Das war es auch, als das dann geklärt war, war dieser Haarausfall dann auch verschwunden. Hallo Egeral, hier ist der Podcast mit gesundem Bündnerverstand präsentiert von ÖKK. Schön, seid ihr mit dabei. Und eines kann ich garantieren, heute habt ihr eine steile Lernkurve beim Thema. Und zwar reden wir über Phytotherapie, also über die heilende Wirkung von Kräutern, Pflanzen und auch Gewürze werden wir besprechen. Und das hat nichts mit Esoterik zu tun, sondern Natur. Dort gibt es viele natürliche Stoffe, die uns helfen können, zum Beispiel eine Krankheit überwinden, uns selber zu heilen. Und das Ganze finden wir heraus, wie das klappt, mit Reinhard Saller. Er ist emeritierter Professor von der Universität Zürich. Er hatte dort den ersten Lehrstuhl überhaupt für Naturheilkunde. Er ist der Autor von diversen Büchern, die wir sicher auch noch besprechen werden. Und er ist Mitglied im Vorstand der Schweizerischen Medizinischen Gesellschaft für Phytotherapie. Oder einfacher gesagt, er ist einfach der Mann, den wir jetzt brauchen, um in das Thema einsteigen. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Einen schönen guten Tag. Was mich wundernimmt, gerade als erstes, wie sieht ihr es daheim aus? Ich habe mir das so in der Vorbereitung vorgestellt, dass das einfach ein Dschungel ist von Heilpflanzen und sie am Abend in einen Labor-Kittel reinsteigen und dort sogar daheim Untersuchungen machen. Stimmt das? Also meine Frau würde Ihnen zustimmen mit dem Dschungel. Es sind allerdings nicht Heilpflanzen in der Wohnung, sondern sie sagt immer Dschungel aus den unterschiedlichsten Büchern mit dabei. Pflanzen und Heilpflanzen, die ziehe ich eher weniger aus wissenschaftlichem Interesse, sondern aus genereller Neugierde auf einer Dachterrasse, die zu unserer Wohnung dazugehört. Was hättest du denn auf der Dachterrasse zum Beispiel drauf? Aufzuzählen würde es wahrscheinlich den heutigen Vormittag sprengen. Wir haben so alles mögliche an nationalen Heilpflanzen vom Johanneskraut über die Zitrone, Melisse bis hin zu Cannabis-Pflanzen, die damit angebaut werden. Also ein bisschen ein Urwald ist es also doch. Tönt schon mal sehr interessant. Wir haben schon viele Beispiele gehört. Jetzt, bevor wir über Phytotherapie allgemein reden, was die Idee dahinter ist, wo es durchgeht, neueste Erkenntnisse, gehen wir doch auf ein paar konkrete Tipps ein. Es ist Winter, man hat viele Leute rund um sich herum, die Schnupfen haben. Was könnte man zum Beispiel bei Schnupfen machen? Ich denke, es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die man auf der einen Seite in der Vorbeugung oder auch in der Vorbeugung, wenn man schon einen Grippeinfekt und so hatte, machen kann. Sehr viele der Heilpflanzen, die man anwenden kann, besitzen ganz umfangreiche antientzündliche Wirkungen. Und die sind sicherlich bedeutsam, zum Beispiel, wenn Viren in den Schleimhäuten des oberen Atemtraktes sind, werden ja viele der Reaktionen, was Kopfschmerzen, generelle Beeinträchtigungen mit anbelangt, werden ja über die vielfältigen Entzündungsreaktionen vermittelt. Die lassen sich durch eine ganze Reihe von Heilpflanzen mindestens abmildern. Zum Teil lässt sich denen auch vorbeugen. Dann gibt es darüber hinaus, wenn man jetzt zum Beispiel an Heilpflanzen mit Duftstoffen, also im Bereich der ätherischen Öle und Aromatherapie denkt, ist es sicherlich sinnvoll, die auch mit anzuwenden, weil die Konzentrationen in der Luft, auch in der Atemluft zum Teil eben auch die Infektionserreger in ihrer Ausprägung beeinträchtigen können, dass sie da Ansteckungsrisiken herabsetzen können. Und dann natürlich bei den Heilpflanzen neben den generellen Wirkungen, spielt es auch nochmal eine Rolle, stehen eher dann zusätzlich Herz-Kreislauf-Reaktionen, stehen allergische Reaktionen, stehen Augenjuckend so mit dem Vordergrund in die Bronchitis. Dann kann man aus den Pflanzen mit antientzündlichen Wirkungen die auswählen, die dann zusätzlich nochmal einen solchen Schwerpunkt besitzen. Wir haben schon ein paar spannende Kräuter angesprochen, respektive Pflanzen. Was wäre etwas, das eigentlich aus jedem Haus rausläuft und es ist praktisch vor der Nase und man weiss es vielleicht gar nicht, wo man einfach pflücken könnte und relativ schnell dann so eine präventive Wirkung würde entfalten? Wenn man so auf die Pflanzen schaut, wenn man direkt in der Stadt wohnt, gäbe es relativ viele, die man anwenden kann. Wenn man in der Stadt lebt, muss man natürlich auch immer bedenken, was in der Luft ist, was die Pflanzen auch aufnehmen, dass die teilweise auch Schadstoffe aufnehmen. Man darf auch nicht vergessen, dass sehr viele Heilpflanzen unter anderem auch verwendet werden könnten, Luft und Böden zu reinigen. Also muss man so bei dem Aufsammeln natürlich etwas zurückhaltend sein. Von den Pflanzen, die diesbezüglich eine große Rolle spielen wird, z.B. des Spitzwegerich gehören, dem man eine ganze Reihe von Sirupen oder auch von Tinkturen kennt, im Zusammenhang mit Erkältungskrankheiten, die ja jetzt noch eine gewisse Rolle spielt. Also das ist schon mal ein konkreter Tipp, wie man das Ganze verarbeitet und wie man dann daraus wirklich etwas machen kann. Da reden wir später drüber. Was ich mich gefragt habe, gibt es auch verschiedene Pflanzen, die für so etwas wie Kopfweh wirken, wo ich jetzt wirklich das Gefühl habe, da geht eigentlich nur Aspirin? Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, das sollte man aber dann mit anderen Verfahren auch aus der Naturheilkunde kombinieren. Denn bei Kopfschmerzen kann man natürlich Pflanzen einnehmen, die einfach über die Resorption im Magen-Darm-Trakt die Wirkungen ausüben. Einer der bekanntesten bei uns ist das Mutterkraut, das gerade auch im Zusammenhang mit Spannungskopfschmerzen oder auch Migräne angewendet werden. Aber sehr häufig ist es bei Kopfschmerzen auch so, dass es gewisse Triggerpunkte am Kopf, am Hals und am Rücken gibt, die Kopfschmerzen auslösen. Und da wäre es sinnvoll, solche Punkte aufzusuchen. Das kann man lernen, wie man sie findet. Und dass man dort zum Beispiel verschiedene ätherische Öle, Minzöl, Thymianöl oder so aufträgt, die auch ganz deutliche und zum Teil sehr lang anhaltende Linderungen von Kopfschmerzen bringen, deren Wirksamkeit durchaus mit einer höheren Dosis von Aspirin mindestens vergleichbar ist. Also das ist schon mal sehr interessant. Wenn ich jetzt das alles so höre, dann stelle ich mir vor, Sie müssen eigentlich der perfekt gesunde Mensch sein, weil Sie genau wissen, was Sie müssen wo pflücken, was Sie wie kochen und zubereiten. Also wie ist das? Kann man sich da wirklich, indem man gut informiert ist vor praktisch allem präventiv schützen? Man kann sich ganz sicherlich nicht vor allem präventiv schützen, aber man kann dazu beitragen, dass man mindestens in vielen Situationen besser damit umgehen kann, dass man weniger dadurch beeinträchtigt wird. Wir haben jetzt darüber geredet, über so Grippen zum Beispiel, Entzündungen. Gibt es auch etwas, das gegen psychische Probleme wirkt? Weil das sind auch Krankheiten, die immer mehr aufkommen in der Gesellschaft. Die Schulmedizin hat dort einen Haufen parat, ist auch oft sehr umstritten. Wie sieht es da aus bei der Phytotherapie? Da gehören eine ganze Reihe von pflanzlichen Präparaten, die wir hier in Europa kennen, aber die auch aus anderen Kulturen. Der Austausch ist diesbezüglich recht groß, die da bei uns auch eine große Rolle spielen. Im Zusammenhang mit seelischen Beeinträchtigungen, ich sage lieber Seele, weil das etwas Umfassenderes ist als die Psyche, gibt es eine ganze Reihe von Pflanzen. Und sicherlich gehören da Pflanzen dazu, die momentan gerade wieder recht intensiv diskutiert werden, wie die verschiedenen Zubereitungen, beispielsweise aus dem Johanneskraut oder Zubereitungen aus dem Rosenwurz oder auch im Zusammenhang mit Unruhe und Nervosität, wenn man am Baldrian und so denkt, gibt es eine ganze Reihe von Pflanzen. Wie man das verabreicht, wie man das verarbeiten soll selber, reden wir später darüber. Zuerst nimmt es mich mal Wunder, wenn jetzt jemand von unseren Hörerinnen und Hörern Lust hat, so richtig in das Thema einzusteigen und das auch selber möchte ich machen, wo findet man grundsätzlich die verschiedenen Pflanzen, Kräuter oder dann später auch Gewürze? Also das ist einmal der Punkt, wenn man Pflanzen kennenlernen möchte, würden sich hier in der Zürcher Umgebung oder auch in anderen Städten, wo es botanische Gärten und Heilpflanzengärten gibt, die anbieten, dass man sich das ganze Spektrum anschauen kann. Und wo man teilweise, weil ja nicht nur die Inhaltsstoffe, sondern auch das Aussehen und wie eine Pflanze auf einen im ersten Anblick wirkt, eine große Rolle spielt, kann man sich dann die besorgen in den zum Teil noch immer sehr guten Distributionskanälen in der Schweiz. Es gibt eine ganze Reihe von Drogerien noch mit einem relativ großen Pflanzenangebot und einem sehr großen Wissen der verschiedenen Drogerien. Dann selbstverständlich die verschiedenen Apotheken, im Prinzip haben alle Apotheken pflanzliche Produkte, aber natürlich gibt es einige, die diesbezüglich ganz besonders spezialisiert sind. Und diese professionellen Geschäfte sind insofern bedeutsam, als man über die Geschäfte natürlich auch etwas die Qualität beurteilen kann. Was immer eine gewisse Schwierigkeit ist, wenn man bei unbekannten Händlern im Internet einkauft, kann exzellente Produkte geben, kann aber auch gigantische Fälschungen geben. Und das ist gerade meine nächste Frage. Wie gut sind die Informationen im Internet? Weil der Reflex von den meisten Leuten ist sofort, ich möchte mich jetzt hier interessieren, Phytotherapie, Pflanzen, wo ich mich vielleicht selber heilen kann. Wie gut ist grundsätzlich die Qualität? Was ist da Ihre Einschätzung? Also eine generelle Auskunft über Internet kann man nicht geben. Man sollte sich beim Internet immer darüber im Klaren sein, dass sehr viele Anbieter dort das berechtigte Interesse haben, möglichst viel zu verkaufen und auch möglichst viel Gewinn zu machen. Und dass dann erst andere Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Es gibt dann eben aber auch eine ganze Reihe von vorzüglichen Quellen von unterschiedlichen Vereinen. Also wenn man nur an sowas wie Kneippverein oder sowas denkt, die entweder selber Informationen bieten oder auch andere Hinweise geben. Dann auch eine ganze Reihe von Fachgesellschaften. Und wenn wir irgendwann mal länger Zeit hätten, könnte man sicher zwei bis drei Dutzend Internetadressen durchgehen, von denen ich den Eindruck habe, dass sie vorzüglich sind. Das heisst, man könnte mal so einen ersten Ausflug machen und so ein paar Pflanzen finden. Und Sie haben es auch schon angetönt. Das findet man alles in der Umgebung. Man muss wie die Augen ein bisschen weiter öffnen, als man es bis jetzt im Leben gemacht hat. Das ist grundsätzlich alles da. Wie funktioniert es denn aber bei den Pflanzen, die je nachdem giftig sind? Oder vielleicht die richtige Dosierung müssen haben? Gibt es da auch eine Art wie Pilzbestimmung, dass man das irgendwo zeigen kann und dann gibt es einen Daumen hoch oder einen Daumen runter? Oder muss man da wirklich selber für sich verantwortlich sein? Also man soll selber möglichst viel wissen, aber sollte sich selber mit seinen Fähigkeiten und seinem Wissen nicht überschätzen. Ich denke, es geht Fachleuten genauso. Mir auch. Ich denke, das Erste ist, dass man sich vielleicht das eine oder andere gute Buch besorgt und dass man von daher einen Überblick gewinnt, gibt auch zum Teil recht gute Zeitschriften mit dabei. Wenn man dann Pflanzen in Drogerien oder auch Apotheken einkauft, dann ist ja die Frage Heilpflanze oder Heilpflanze mit giftigen Anteilen oder Giftpflanze etwas, was einem ja sofort auch gesagt wird und wo man das auch abschätzen kann. Das ist mitunter, wenn man Pflanzen nicht genau kennt, eben beim Eigensammeln oder wenn man sie wo einkauft, dann schon eine gewisse Schwierigkeit. Und man erinnert sich ja, wie jetzt im Herbst, beispielsweise als die Herbstzeitlose zu blühen angefangen hat, dass man die durchaus auch, wenn man sich nicht auskennt, zum Beispiel mit Safran verwechseln könnte. Ich habe es selber mal bei älteren Frauen erlebt, die zu mir geschickt wurden, weil Naturheilkunde teilweise auch als Kompetenzzentrum für das Ungewöhnliche galt, wo es immer hieß, ganz eigenartig, wir haben hier einige Frauen, die im Herbst und im Winter immer Haarausfall haben und im Frühling verschwindet der Haarausfall. Wir haben keine Ahnung, was da ist. Nach einem längeren Gespräch und so hatte ich plötzlich die Vorstellung, die Leute zu fragen, was sie essen. Da haben sie gesagt, ja, wir machen wunderbare Safran-Gerichte vom Safran, den wir ernten. Und dann war mir relativ klar, dass es vermutlich die Herbstzeitlose ist. Das war es auch, als das dann geklärt war, war dieser Haarausfall dann auch verschwunden. Aber das ist so diese Problematik. Man sollte wirklich nur Dinge nehmen, die man ganz genau kennt. Eine Pflanzenbestimmung wie bei Pilzbestimmungen, die so routinemäßig und qualifiziert und leicht zugänglich ist, das kenne ich nicht. Da ist es in diesen Fällen sicherlich sinnvoll, in Drogerien und Apotheken die entsprechenden Materialien oder Fachmärkten einzukaufen. Kommen wir zu den Zubereitungsarten. Sie haben schon ein paar verschiedene Antöne gehabt, eben Öl zum Beispiel oder auch Tee daraus machen. Geben Sie uns doch da mal einen Überblick, was ist die Palette in der Naturheilkunde? Es ist eine riesige Palette von Zubereitungen. Und man kann die Zubereitungen vielleicht in drei große Gruppen einteilen, nämlich einmal die Frischpflanzen bzw. die getrockneten Pflanzen, die dann einfach zerkleinert und eingenommen werden oder für Tees verwendet werden. Dann bei den Zubereitungen gibt es einmal die Zubereitungen, die eher wässrig sind. Wässrig bedeutet, dass wasserlösliche Stoffe aus den Pflanzen gelöst werden. Und wasserlösliche Stoffe sind zum Beispiel solche Stoffe, die ausgeprägte, zum Beispiel antientzündliche Eigenschaften, keimreduzierende Eigenschaften haben, die zum Teil relativ weniger Einflüsse auf unser Nervensystem und so haben. Dann gibt es alkoholische Zubereitungen, diese Mischung, wo wasserlösliche und fettlösliche Stoffe herausgezogen werden. Das sind meistens die Zubereitungen, die die größte Palette von Wirkungen bieten. Und dann gibt es noch rein ölige Zubereitungen, wo dann eher nur fettlösliche Stoffe herausgezogen werden. Das sind dann zum Teil ganz andere Zubereitungen. Wenn man das Beispiel Johanniskraut nimmt, hat man Johanniskraut-Tee mit spürbaren seelischen Wirkungen, ganz ausgeprägten antientzündlichen Wirkungen, innerlich und äußerlich. Wenn man die Tinkturen nimmt, die man entweder als Tinktur nimmt oder die man dann auch trocknen kann für Tabletten oder so, dann treten viel stärker zum Beispiel die Wirkungen auf das zentralen Nervensystem im Vordergrund, die im Tee nicht so vorhanden sind. Und wenn man das Rotöl, das Johannesöl nimmt, wo das Johannes-Grad zum Beispiel Olivenöl eingelegt wird, dann hat man eher Wirkungen auf die Muskulatur, eher Wirkungen auf Verletzungen, eher Wirkungen auf die Wundheilung und wesentlich weniger Wirkungen auf unser Nervensystem, etwa auch bei Depressionen. Und auch die antientzündlichen Wirkungen sind wesentlich geringer. Bleiben wir aber trotzdem noch so beim Do-it-yourself, etwas mal zu Hause machen. Was wäre so etwas als Einstieg, wo man mal probieren könnte, wenn man am Wochenende nichts zu tun hat zu Hause? Kommt darauf an, wo die Lüste liegen. Ich denke, etwas Einfaches ist, wenn man sich entweder nach dem, was einem selber im Kopf umgeht und dann informieren in Büchern, die unterschiedlichsten Teemischungen macht. Das ist ausgesprochen spannend, vom Geruch her, vom Geschmack her und dann auch von den Wirkungen her, die man findet. Dann die Einlage natürlich verschiedener Pflanzen in Öle. Das kann vom Johanneskraut angefangen bis weit zu den Peperoni, zu den Chilis gehen, die ja nicht nur kulinarische Rolle spielen, sondern auch als Heilmittel, äußerlich bei Schmerzen und so. Da kann man schon auch einiges dabei probieren. Also das ist ganz interessant. Palette ist wirklich riesig. Ich erfahre da auch sehr viel. Ich habe es auch gesagt, es gibt eine steile Lernkurve in der heutigen Sendung. Kommen wir zu der Frage, Schulmedizin, Naturheilkunde, gerade in diesem Zusammenhang. Was ist die Erwartungshaltung, wenn man so etwas hergeht? Soll man dann erwarten, dass es eine gleiche Wirkung hat, wie jetzt ein schulmedizinisches Medikament, das wir, sagen wir, für Kopfweber kriegen, oder ist es eher etwas Präventives, Naturheilkunde? Wie muss man das so einordnen, die abstufige Naturheilkunde, Schulmedizin? Also es geht ja dabei immer, eine sinnvolle, wirksame Behandlung zu machen, die möglichst wenig unerwünschte Wirkungen besitzt. Und dabei gibt es eine ganze Reihe von Methoden. Da würde ich so diesen Unterschied von vornherein Schulmedizin oder Naturheilkunde nicht so groß sehen, sondern beides sollten Teile einer vernünftigen, reflektierten und kritisierbaren Medizin sein. Ich denke, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass für viele Beschwerden durchaus die beiden Richtungen anschlussfähig sind. Das heißt, dass man Schulmedizin mit Naturheilkunde, aber Naturheilkunde auch mit Schulmedizin kombinieren kann. Natürlich gibt es manche Krankheiten, bestimmte Leukämieformen, bestimmte Tumorformen, wo ganz klar moderne Präparate für die Daten vorliegen, die absolute Präferenz besitzen. Aber ansonsten in vielen Situationen wären sie, wenn man das entsprechende Wissen besitzt, durchaus miteinander kombinierbar. Es ließe sich zum Teil auch so sagen, es wäre wo immer möglich auch sinnvoll ein oder zwei Pflanzen oder auch gute Mischungen. Zum Beispiel haben wir in der Schweiz eine ganze Reihe von tibetischen Mischungen, die hier in der Schweiz hergestellt werden, dass man das so als Art Basisbehandlung bei vielen Krankheiten mit dazu nimmt und dass man dann mit in Anführungszeichen schulmedizinischen Präparaten dann gezielt korrigiert in die eine oder in die andere Richtung. Gibt es denn eine Zertifizierungsform für solche Präparate, die man jetzt zum Beispiel in der Drogerie kaufen kann, oder macht das jeder ein bisschen anders? Also prinzipiell geht es ja so darum, zu wissen, sind die entsprechenden Präparate, die man verwendet, Präparate mit einer Arzneimittelzulassung oder nicht. Bei denjenigen, die eine Arzneimittelzulassung haben, da gelten dieselben Kriterien wie bei allen anderen Medikamenten, was die Qualität, was die Sicherheit und was auch die Abschätzung der Wirksamkeit anbelangt. Allerdings gibt es bei Pflanzen, wie sonst zum Beispiel auch bei Mineralen oder Vitaminen, eine ganze Reihe von Präparaten, die nicht Arzneimittelstatus haben. Sei es, weil sie aus anderen Kulturen kommen, sei es, weil die Anforderungen unrealistisch hoch sind für formale Gesichtspunkte. Und da ist es dann etwas schwieriger, die Qualität zu beurteilen, obwohl es auch darunter sehr gute Präparate gibt. Ich würde mir wünschen, dass es wesentlich mehr pflanzliche Mittel als Arzneimittel gibt, als es momentan der Fall ist. Also, und das geht dir, Sie haben es gesagt gehabt, und das ist in dem Sinne gleichwertig wie ein schulmedizinisches Medikament. Und trotzdem habe ich so das Gefühl, wenn ich so ein bisschen die klassischen Ärzte aus den Spitälern vor dem Inneren auch kann, ist das ein Haufen, doch sehr skeptisch sind, nach wie vor gegenüber der Naturheilkunde. Wieso ist das eigentlich? Weil eigentlich sollte es ja umgekehrt sein, Naturheilkunde ist ja die natürlichste Form von etwas heilen. Wieso kommt der ganze Konflikt daher? Also Konflikte beruhen oft auch darauf, dass unterschiedliches Wissen bei den einzelnen Akteuren vorhanden ist. Also die Ärzte sind dann einfach unwissend in Ihrem Bereich, behaupten Sie? Ich würde nicht sagen, dass sie unwissend sind, sondern interessiert man sich dafür, nämlich Wissen zur Kenntnis. Und meine Erfahrung ist auch hier in der Schweiz, je mehr man darüber weiss, umso mehr bezieht man sich in die eigenen Überlegungen ein. Und umso eher gewinnt man einen realistischen Blick auf Pflanzen. Vor allem, was ja meistens drastisch überschätzt wird, ist ja die ganzen Risikosituationen, die eher geringer sind bei anderen Sachen. Und es ist auch durch die Bank nicht unbedingt so, dass die Skepsis in allen Spitälern, zum Beispiel groß ist, auch das ändert sich. Es gibt eine Reihe von Spitalapotheken, die zunehmend qualifizierte pflanzliche Arzneimittel aufnehmen, wo sie auch Routineangebote sind. Und auch viele niedergelassene Ärzte besitzen, gerade auch bei den Hausärzten, bei der allgemeinen inneren Medizin, bei Gynäkologen, zum Teil auch bei Kinderärzten, besitzen ein großes Wissen über die Arzneienheilpflanzen, die in ihrer Praxis eine Rolle spielen könnten. Und da findet man keine unqualifizierte Skepsis, sondern Skepsis, wenn sie begründet ist und die ist in allen Bereichen der Medizin begründet. Wie ist das für Sie persönlich? Ist das ein Leben lang immer ein Kampf gewesen, dass Sie das mehr haben forcieren und jetzt auch merken, das kommt immer mehr an? Eben, ist interessant, oder? Dass jetzt solche Arzneimittel, solche natürlich sogar in Spitäler angewendet werden. Ich habe ja so im Laufe meiner ärztlichen Karriere in unterschiedlichsten Bereichen, auch Behandlungsbereichen, gearbeitet. Von daher war es nicht immer ein Kampf, sondern es war eher so immer, kann man dazu beitragen, dass das, was aus Pflanzen kommt, entdeckt wird und dass es vielleicht aufgenommen wird. Natürlich gab es auch unqualifizierte Bösartigkeiten, aber damit muss man einfach umgehen. Das ist überall oft noch so. Aber wenn man jemanden dazu gewinnen kann, dass er sich informieren möchte und gute pflanzliche Produkte, vorzügliche Studien mit Arzneien und Heilpflanzen sind ja mittlerweile doch vielfach über die unterschiedlichsten Datenbanken zu finden und bei aufgeschlossenen Leuten ist die Neugierde, das Wissen und auch die Anwendung von Pflanzen wesentlich größer, als man sie sonst kennt. Und natürlich spielt auch bei Pflanzen immer ein zentraler Gesichtspunkt eine große Rolle. Wie werde ich berühmt? Die einfachste Art, berühmt zu werden, ist, sich pseudokritisch zu geben. Wie ist es denn mit der Esoterik noch angesprochen? Wie ist es denn dort mit der Abgrenzung? Ist das ein Problem für die Naturheilkund, dass oft gesagt wird, ja, ja, das sind da die Esoteriker, die irgendwas erfinden und das ist überhaupt nicht wissenschaftlich. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ich habe so den Eindruck, die Leute, die so über die Esoterik reden, wissen eigentlich gar nicht, worüber sie reden, sondern sie benutzen einen Kampfbegriff, um irgendetwas abzuwerten. Ich denke, es ist gar nicht so sehr der Punkt, ob Esoterik oder nicht, denn Esoterik heißt ja nur, ich versuche für eine Problemlösung auch mal einen unkonventionellen Weg mindestens zu denken, sondern es ist eher die Scheu vor richtig qualifizierten Auseinandersetzungen, wenn man plötzlich sieht, oh ja, da gäbe es für ein anderes Gebiet auch große Daten. Für mich selber ist das nie ein großer Punkt gewesen, weil es geht immer darum, was weiß ich, was weiß ich nachprüfbar, und für Wissenschaftlichkeit, und das gilt meines Erachtens immer in der Medizin, ist ein zentraler Punkt, dass man kritisch ist, dass man selbstkritisch ist und dass man offen ist. Gehen wir noch ein bisschen weiter, vielleicht wieder zurück auf den Weg, eben, wir haben gesagt, was man könnte verwenden, für welche Krankheiten, wie man es findet, was man zu Hause könnte abpflanzen. Wir waren aber auch im Bereich, was ist gefährlich. Und jetzt gehen wir vielleicht noch ein bisschen mehr in die Abgrenzung hinein. Ich glaube, Hanf, respektive Cannabis, ist auch, wenn Sie schon das Wort Kampfbegriff gesagt haben, immer etwas sehr Umstrittes. Wann ist es eigentlich Hanf, den man zum Heilen braucht, und wann ist es eine Droge? Also Hanf ist eine uralte Pflanze, die vor allem eine grosse wissenschaftliche Bedeutung besass, aus Baumaterialien für Stoffmaterialien, und es ist eigentlich erst in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, nicht zuletzt aus wirtschaftlichen Gründen, zu einer Verdammung von Hanf gekommen. Es ist sinnvoll, sich diese Geschichte mit anzuschauen. Die therapeutische Benutzung von Hanf hat ebenfalls eine relativ lange Geschichte, ohne dass es da durch die Bank immer Berichte über schwere, unerwünschte Wirkungen gegeben hat. Wenn man sich so heute anschaut, gibt es eine ganze Reihe von Hanfzubereitungen mit oder ohne THC, die eine therapeutische Bedeutung besitzen könnten. Und wenn die qualifiziert angewendet werden und wenn auch klar ist, sagen wir mal, ich habe ein Hanfprodukt, wo THC dabei ist, was darf ich dann eine bestimmte Zeit nicht machen, zum Beispiel Autofahren, dann ist meines Erachtens das Risiko absolut überschaubar. Und außerdem geht es um das, wo ja die Schweiz weltweit auch ein gutes Beispiel ist, es geht ja auch immer um Harm Reduction, also Risiken zu senken. Und da ist der offene Umgang und da ist auch die Beforschung sicher ein zentraler Bestandteil. Also Hanf immer etwas viel diskutiert und Sie sagen aber, wenn man es richtig anwendet, dann wird das definitiv eine gute Wirkung haben? Es wird oft überschätzt, es wird oft unterschätzt, aber es kann durchaus bei vernünftiger Anwendung und Sinnvolles sein, diejenigen mit THC oder eher CBD-betonten Zubereitungen. Welche Bedeutung Sie besitzen, sieht man ja momentan, wenn man sich die Medien anschaut, zum Beispiel, wenn man schaut, mitunter ganzseitigen Anzeigen im Tagesanzeigen oder in 20 Minuten zu Nicht-Arzneimitteln mit CBD, was wir ja vorhin so angesprochen haben, als Supplemente, als Kosmetika und so. Gehen wir zu einem weiteren Bereich über die Naturheilkunde und das hat mich ein bisschen überrascht, dass das so ein grosser Teil ist und ein wichtiger Teil, nämlich Gewürz. Curry, ich weiss, Curry ist ein weiterer Begriff, in der Schweiz sind wir da ein bisschen nicht so sensibilisiert, wie jetzt zum Beispiel in Ländern, wo viel Curry konsumiert wird. Nennen wir mal Curry allgemein, soll zum Beispiel eine Wirkung haben gegen Krebszellen, gegen Bösartige. Wie beleidigt ist das und was steckt da dahinter? Curry ist ja ein Sammelbegriff für unterschiedliche gewürzbezogene Pflanzenmischungen. Gewürzbezogen heisst, dass die sensorischen Eigenschaften wie Geruch und Geschmack ganz stark im Vordergrund stehen. Wenn man die Curry zusammenfasst, vor allem, wie sie auch in Indien angewendet und dort seit längerer Zeit schon untersucht werden, und wenn man sich neuere, erst mal epidemiologische Untersuchungen anschaut, dann gibt es gute Hinweise drauf, dass der regelmäßige Gebrauch von Curry in der Ernährung sicherlich eine primärpräventive Wirkung besitzen kann. Das heißt, dass zum Beispiel bezogen auf Tumorerkrankungen offensichtlich seltene Tumorerkrankungen auftreten. Ob das dann bei jedem so ist, das ist ja immer die große Schwierigkeit, aber auf eine Gruppe bezogen, ja. Auch sekundärpräventive Wirkungen spielen dabei eine Rolle. Auch die sind durch Studien, nicht nur durch Epidemiologie, sondern auch durch Studien, wo man schon erkrankten Menschen empfohlen hat, mehr Curry zu essen, dass eben auch hier der Krankheitsverlauf positiv beeinflusst werden kann. Oder wenn manche Tumorerkrankungen erfolgreich behandelt wurden, dass dann Curry auch dazu beitragen kann, dass die Krankheit nicht nochmal mit auftritt. Also bezogen auf verschiedene Curry-Arten ist die Datenlage eher verblüffend gut. Was heisst das jetzt aber, wenn jetzt das jemand gehört, oder von unseren Hörerinnen und Hörern und sagt, wow, Curry ist gut. Wie ist da die Dosierung? Heisst das jetzt, dass man sollte, je nachdem, wie vielleicht in Indien oder Pakistan jetzt drei, vier Mal in der Woche Curry essen, oder was ist dort empfällig denn? Die Empfehlung ist so einfach, dass man sich teilweise gar nicht zu sagen traut. Wer Curry mag, sollte Curry besitzen. Man kann vermutlich das Gleiche auch durch andere Kräutermischungen, ich hatte es vorher mit tibetischen oder chinesischen Kräutermischungen angesprochen, die vermutlich vergleichbar sind, wenngleich über Curry, weil Curry in einem Land mit großen Bevölkerungszahlen so eine Rolle spielt, die Daten etwas umfangreicher sind. Ich denke, man sollte Curry in der Ausprägung nehmen, wie man es verträgt. Manche Leute, die die Schärfe gar nicht vertragen, müssen halt ein Curry und es ist auch sinnvoll zu nehmen, der weniger scharf ist. Die Mengen entsprechen ungefähr den Verzehr-Empfehlungen. Es genügen wahrscheinlich relativ geringe Mengen von Curry, die man regelmässig, also sagen wir drei bis fünf Mal in der Woche zu sich nimmt, im Essen, die solche sinnvollen Wirkungen ausüben können. Es ist beileibe nicht so, dass man sagen könnte, viel hilft viel. Wie ist es bei der Zubereitungsart? Muss man da etwas besonders beachten? Kann man Gewürze in dem Sinne auch unschädlich machen, in Anführungs- und Schlusszeichen, dass sie aber nicht die gute Wirkung kennt? Muss man vielleicht differenzieren beim Curry, die sind ja darauf angerichtet, dass sie eben in Speisen, die auch gekocht werden, angewendet werden. Und da kann man sich an diese Rezepte halten. Da ist davon auszugehen, wenn man sich an die hält, dass die Gewürze nicht unwirksam gemacht werden. Ansonsten ist es sicherlich sinnvoll, in guten Büchern, auch Kochbüchern, nachzuschauen, wann sollte ich Gewürze meiner Speisen, wenn ich sie mit Temperatur behandle, also koche oder brate, wann soll ich sie zugeben? Wenn es darum geht, dass man sie etwa in Salaten oder Kalkgerichten nimmt, da kann man, wenn man die Kräuter, auch die Gewürzkräuter gut kennt, ist immer eine Voraussetzung, wenn man es selber sammelt. Da wird man sie eher nicht ihrer Wirksamkeit berauben. Ein weiteres Thema, das in den letzten Jahren so ein bisschen aufkam, ist Ingwer. Das haben Sie vielleicht auch schon gesehen, im Supermarkt gibt es jetzt sogar so Ingwer-Shots, das sind so kleine Fläschchen und dann ist dort viel dosierter Ingwer drin und das soll dann ultra gesund machen. Wie gut ist der Ingwer wirklich? Es gibt momentan ja zwei Pflanzen, die miteinander eng verwandt sind, die auf der einen Seite umfangreich angewendet werden oder die auf der anderen Seite ständig angegriffen werden. Da gehören der Ingwer und Kurkummer dazu. Wenn man sich die wissenschaftliche Datenlage zu den beiden anschaut, muss man sagen, es gibt kaum Behandlungsprinzipien, für die es derartig viele experimentelle und zum Teil auch klinische Untersuchungen gibt, wie für Ingwer-Zubereitungen, wie für Curry-Zubereitungen und zwar in den unterschiedlichsten Gebieten. Das geht von Beeinflussungen des Magendarm-Traktes bis hin im Zusammenhang mit Tumorerkrankungen, mit Übelkeit und Erbrechen, wo ja Ingwer-Zubereitungen vor allem bei längerfristigen Übelkeit und Erbrechen zu ausgesprochen wertvollen Pflanzen gehören oder zum metabolischen Syndrom, also Fettstoffwechselstörungen, Diabetes mellitus oder auch Blutdruckstörungen. Das gilt für Ingwer und für Kurkummer. Meines Erachtens ist es sicherlich sinnvoll, wenn man sie denn schmecken und riechen mag, sie in die Nährung mit einzubeziehen. Es ist nicht nur ein Hype, sondern es ist wirklich auch etwas, was auf einer relativ grossen Anzahl experimenteller und klinischer Untersuchungen aufbaut. Zudem sind es ja auch Zubereitungen mit relativ wenig unerwünschten Wirkungen im Vergleich zu anderen Ansätzen. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn man all diese Tipps hört, was alles gesund soll sein, was man nehmen soll, um präventiv vorzugehen, manchmal habe ich dann das Gefühl, wenn man einfach absolut ausgewogen sich ernährt, jeden Mittag, jeden Abend ein bisschen etwas anderes, viel Pflanzen, viel Gemüse, gute Gewürze, frische Sachen, nicht zu viel künstliche Stoffe, dann fährt man eigentlich sehr gut, dass man sich gar nicht noch spezifisch mit einzelnen Produkten auseinandersetzen muss. Täuscht den Eindruck oder ist das so? Es ist so und es täuscht gleichzeitig. Nämlich? Zum Beispiel, wenn man mich anschaut, altersmäßig sind sehr viele Ernährungsempfehlungen oder was man machen sollte, für mich gar nicht vorgesehen, weil früher die Lebenserwartung wesentlich kürzer war. Und ich denke, in dem Moment, wo man älter wird, unsere Umweltbedingungen ändern sich und man sollte auch nicht die ganze Zeit darauf verwenden, relativ aufwendig solche Kostformen für jeden zu ermöglichen, ist es durchaus sinnvoll, dass man wirklich gezielt Dinge mit aufnimmt. Wir haben ja die Diskussion bei Vitamine. Wenn ich mich erinnere, Vitamin D, als ich angefangen hatte, als Arzt wurden 50 bis 100 Einheiten empfohlen, obwohl die Datenlage damals schon dafür sprach, ist viel zu wenig. Heute sind wir bei 1.000 bis 1.500. Und wo man so sieht, ist es durchaus sinnvoll, so etwas mit einzubeziehen. Und trotzdem sehr vieles im Hinblick auf die Saisonalität, im Hinblick auf die Region, in die Ernährung mit einzubauen. Aber es ist nicht ein Widerspruch, auf Saisonalität und auf Regionalität zu achten und solche Dinge nicht zu nehmen. Was mich noch wundernimmt, Sie hatten den ersten Lehrstuhl, Naturheilkunde, an der Universität Zürich in der Schweiz. Das war etwas ganz Neues. Das war einmal 1994. Wenn Sie es jetzt vergleichen mit heute, hat die Akzeptanz zugenommen von Naturheilkunde? Hat sie fest zugenommen? Sind wir im Moment eher wieder in einer Hinterfragungsphase? Jetzt mit Covid vor allem, die wieder sehr schulmedizinisch, Medikamente empfohlen worden sind. Was würden Sie so resümieren über den Karriereverlauf von Ihnen? Oh Gott, das ist ein ganzes Bündel von Fragen. Also ein Punkt ist natürlich auch immer wieder, wie ist die Akzeptanz innerhalb der Einrichtungen, in denen man arbeitet. Das muss ich sagen, die hat sich drastisch verpänzert in der Zeit, nicht nur hier in Zürich, sondern es sind ja dann auch vergleichbare Einrichtungen in Bern und so weiter oder auch im Ausland gegründet worden. Von daher kann man das ganz sicher sagen. Dann kann man auch nochmal sagen, wie ist es, wenn man emeritiert ist? Wird dann ein Lehrstuhl abgeschafft oder nicht abgeschafft? Nein, er ist nicht abgeschafft worden. Er besteht weiterhin auch so. Und ich denke, da hat die Neugierde drastisch zugenommen. Es hat auch das Wissen zugenommen. Bei der Zunahme des Wissens würde man sich wünschen, dass noch wesentlich mehr Wissen, das vorhanden ist, dann auch mit aufgenommen wird. Aber das hat sich dann schon geändert. Und wenn Sie Covid ansprechen und dann sagen Sie so, die Medikamente, Schulmedizin, bei uns... Zumindest was man aus der Mediaborg noch hat. Bei uns im Westen wird das immer wieder ganz intensiv diskutiert. Schaut man sich die Forschungslandschaft an, dann sieht man, dass sehr viele Pflanzen- und Pflanzenmischungen untersucht sind mit wechselnden Ergebnissen. Aber insgesamt doch schon immer wieder die Hinweise darauf, dass Pflanzen, die diese breite Palette von antientzündlichen Wirkungen haben, ausgesprochen sinnvoll zu sein scheinen. Es gibt die Untersuchungen eben aus Kulturen, wo Pflanzen eine größere Rolle spielen, meistens Asien und so. Und man kann schon sagen, dass die Einbeziehung dieser Medikamente absolut notwendig ist, was keineswegs eine sinnvolle Impfung ausschließt oder auch andere medizinische Behandlungen. Aber es ist nicht so, dass das eine Dominanz von den drei, vier Medikamenten, die ja momentan gerade wieder diskutiert werden, wo überlegt wird, sollte man sie haben oder nicht, dass das ausschließt. Ich würde auf jeden Fall pflanzliche Produkte mit einbeziehen. Ihr hättest gesagt, Sie sind emeritiert, Sie sind in der verdienten Pension jetzt und trotzdem, wenn ich Ihnen jetzt die letzte halbe Stunde so zugelassen habe, habe ich das Gefühl, das Feuer für eben Pflanzen, Naturheilkunde brennt wie eh und je in Ihnen drin. Wie erleben Sie jetzt Ihre Faszination für Phytotherapie in Ihrer Pension noch aus? Ach, das Interesse erlischt ja nie ganz. Und es gibt ja auch wieder Weiterentwicklungen oder auch Entdeckungen. Momentan hätte ich so einen Schwerpunkt, auch gemeinsam mit Freundinnen und Freunden und anderen Fachleuten, was Ethnomedizin, Ethnobotanik anbelangt. Das heißt, was auch die entsprechenden je lokalen Traditionen sind, auch die Schweizer Traditionen, ob man Alfred Vogel oder wen auch denkt, sind ja auch eigentlich ethnomedizinische Traditionen. Da ist es die Neugierde und auch vielleicht die Wiederentdeckung mit dabei. Dann ein anderer Punkt, der mich interessiert, Pflanzen- und Krimi-Literatur beschäftige ich momentan relativ intensiv damit. Und daneben natürlich auch immer wieder die Einbeziehung, wenn ich gefragt werde, wir arbeiten momentan an einem grösseren Buchprojekt, einer Flora Offizionalis, die im Hauptverlag erscheinen sollte, wo die verschiedenen Aspekte von Pflanzen herausgearbeitet werden, nicht nur die therapeutischen, sondern auch solche. Ich bin noch kurz hängen geblieben, Krimi und was haben Sie gesagt, Pflanzen, wie geht das zusammen? Also reden wir noch von irgendwelchen Giftmischungen, wo in Krimis vorkommen oder wie muss man das verstehen? Es ist beides zu sehen. Es gibt ja einige Autorinnen, die relativ amüsante Kurzgeschichten oder Kurzkrimis schreiben, wo versucht wird, gewisse Probleme mit irgendwelchen Pflanzen zu lösen. Da bin ich immer neugierig und ich bin erstaunt, vielfältig ist es unlogisch, welche Pflanzen verwendet werden, auf der anderen Seite auch wieder sehr geistreich und da geht auch so einem durch den Kopf, was würde ich machen, wenn ich jetzt so ein Krimi schreiben müsste. Ja, vielleicht wird es ja mal noch so weit sein, dass es sind Krimi-Schreiber und nicht Sachbücher, wer weiss. Wir wären jedenfalls gespannt. Merci vielmals, Herr Saller, dass Sie sich Zeit genommen haben, hierher zu kommen, zu unserem Podcast. Vielen herzlichen Dank. Es war mir aber auch eine grosse Freude, Ihnen zuzuhören und mich mit Ihnen unterhalten zu können. Dankeschön, gleichfalls. Und merci auch euch, dass ihr dabei warst, bei dieser Ausgabe von Allegra. Ich habe es angetönt, die Lernkurve wird heute sehr steil sein und ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder der andere von euch jetzt fasziniert ist von diesem Thema und vielleicht auch selber mal etwas versucht, zu Hause zuzubereiten. Übrigens, Phytotherapie ist bei Krankenversicherungen eine erkannte Therapiemethode. Das heisst, Krankenversicherer beteiligen an den Kosten, so auch die ÖKK. Mehr Infos findet ihr auf ökk.ch. Gerne könnt ihr den Podcast abonnieren, das würde uns sehr helfen. Auf Spotify, Apple Podcasts oder auf welcher Plattform auch immer ihr das losst. Und ihr könnt es natürlich auch auf YouTube schauen. Und dann freut es mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es heisst, Allegra, der Podcast mit dem gesunden Bündnisverstand. Bis zum nächsten Mal.